Es gibt ein La-la-la-la-la-la-la-la-la-la, es wird Harmonien genannt. In diesem La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ich will ans Meer, das wünsch ich mir so sehr. Ich will an den Strand, gibt es allerhand. Will Wogen und Wellen sehen und am Meer spazieren gehen. Ist das Meer auch noch so fern? Ich wäre dort, ich wäre dort so gern. Ich wäre dort so gern. Ich wäre dort so gern. Ich will ans Meer, das wünsch ich mir so sehr. Hier am Meer hörst du das Rauschen. Dann lausche den Klang der Melodie. Sie trägt dich fort an einen anderen Ort. Leut fort, lausche dem Rauschen des Meeres. Dann lausche dem Rauschen des Meeres. Aus dem Rauschen des Meeres. Amir aus dem Rauschen des Meeres. Untertitelung des ZDF, 2020